Unwahrheiten, die dann plötzlich verbreitet werden, weil man sich eben nur noch einzelne Ausschüsse ansieht und dann eben nochmal verschärft seine eigene... Okay, jetzt werde ich langsam wütend. Und jetzt wollen wir mal sehen, was Jonas zu Saschka zu sagen hat. Ich bin sehr gespannt. Hey Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und mir ist letztens was aufgefallen. Ich habe ja zuletzt mal ein Video gedreht, ich nenne das jetzt mal über diesen zu vielen Skandal bei Leroy, was den Titel getragen hat, das letzte Video von Leroy. Und das Video hat ehrlicherweise sehr gut performt von den Aufrufen her und ich habe nicht... Oh nein, bitte geht es nicht schon wieder um Leroy. Oh, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ah, das habe ich nicht bedacht, dass es eventuell um Leroy gehen könnte. Das finde ich jetzt nicht gut, wenn das der Aufhänger ist. Ich hoffe, es geht auch noch um andere Themen. Ich bin daran zurückerinnert, dass ich ein ähnliches Phänomen schon mal hatte. Und zwar, als ich ein Video über die militante Veganerin gemacht habe, beziehungsweise waren es genau genommen sogar zwei. Meine Videos sind nämlich normalerweise eher von Personen losgelöst und dann beziehen sich eher speziell auf bestimmte Themen. Zum Beispiel jetzt zuletzt, ob die Menschheit immer dicker wird oder über unser Schulsystem in Deutschland oder ja auch recht viel von meinem Tierschutz-Content, bei dem es erst recht keinen Sinn machen würde, den speziell auf eine einzelne Person zu beziehen. Und im Tierschutz bietet sich das generell nur in einzelnen Fällen an, wie eben zum Beispiel bei der militanten Veganerin oder Robert Mark Lehmann hatte, glaube ich, vor einem Jahr etwa mal Montana Black für sein Aquarium kritisiert. Wie man hier sehen kann, auch das war ja ein sehr aufrufstarkes Video. Nun gut, bei den einzelnen Videos jeweils, bei denen es speziell dann bei mir um einzelne Personen ging, ist mir aber folgendes aufgefallen. Ich spoiler mal, was ich denke, was ihm aufgefallen sein wird und das ist zu 100% so, dass die viel mehr Klicks generieren. Also ich würde einfach mal behaupten, die drei- bis fünffache Menge an Klicks. Locker. Weil das ist ganz, ganz sicher so und ich habe das auch schon oft gesagt, dass es so ein bisschen zu meinem Geschäftsmodell geworden ist. Ich versuche nicht, Influencer per se zu bashen, aber wenn ich ein gesellschaftliches Problem sehe und darauf aufmerksam machen möchte, nutze ich sehr gerne Influencer oder andere Personen des öffentlichen Lebens für zum Beispiel das Thumbnail und als Einsteiger in das Thema, weil ich dann weiß, dass viel mehr Menschen das Video anklicken. Kann man jetzt erstmal von halten, was man will. Ich kann es gleich nochmal genauer erläutern, aber ich denke mal, das wird auch das sein, was er jetzt sagt. Diese Videos haben immer besonders gut performt, immer besonders gut polarisiert, hat also zu viel Engagement geführt. Also meistens auch viele Kommentare, viele Leute, die es geteilt haben. Das hat viel damit zu tun, dass die Leute ihren Frust dann auch in den Kommentaren dalassen konnten, weil sie Ähnliches auch schon beobachtet haben. Die haben dann zum großen Teil meiner Meinung zugestimmt und Dinge noch hinzugefügt. Oder manche eben auch, die dann die Personen, die in dem Video kritisiert wurde, verteidigt haben und gesagt haben so, nee Jonas, du siehst das voll falsch, es ist eigentlich so und so. De facto haben die Videos aber eben super polarisiert, weil es eben ganz speziell um eine einzelne Person ging. Meine persönliche These ist nämlich vorerst einmal, dass wenn beispielsweise das Video über Leeroy, das ja hieß, das letzte Video von Leeroy, wenn das beispielsweise ein zu vieler bei einer Talkshow gehießen hätte, dann hätte das auf jeden Fall weniger Aufrufe gehabt. Ja, safe. Also kommt drauf an, wenn jetzt im Thumbnail trotzdem das Bild von Leeroy gewesen wäre, dann wahrscheinlich nicht. Also das Bild von Leeroy und dem zu vielen, dann wäre es wahrscheinlich aufs Gleiche rausgekommen. Aber ja, wenn es einfach nur darum gegangen wäre, obwohl, na, ich glaube, das ist nochmal so ein Sonderthema, aber ich weiß natürlich, was er meint. So, wenn ich nicht explizit über die militante Veganerin gesprochen hätte, sondern einfach nur generell über radikalen Veganismus, dann hätte auch das längst nicht so gut funktioniert. Klar, ja. Nun gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer YouTube-Kanäle, deren Content viel drastischer daraus besteht, auf das Fehlverhalten oder problematische Aspekte bestimmter Einzelpersonen aufmerksam zu machen und diese zu kritisieren. Da ist mir zum Beispiel der Kanal Just Nero aufgefallen. Man muss sich im Grunde nur mal seine letzten Uploads angucken, man wird ganz gut verstehen, was ich meine. Leeroy, Julienko, André Schiebler, wie diese YouTuber sich selbst zerstören. Abrechnung Aline Bachmann. Leeroy ist noch schlimmer, als wir dachten. Maximilian Pütz, peinlicher Clown. Leeroy, das kann ich dein Ernst sein. Theo Stratmann brot mir mit Abnahmung. Lösch dich, Maxim Noyes. Leeroy wird immer schlimmer und so weiter und so fort. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Sein Content besteht fast ausschließlich darauf, sich mit anderen Creatoren zu befassen und diese zu kritisieren. Und deutlich wird bei ihm auch, wer für ordentlich Performance sorgt, der wird auch gerne mal öfter kritisiert. So hat es Leeroy beispielsweise bei ihm in vier der letzten acht Uploads geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber ganz vorsichtig jetzt erstmal, bevor jetzt manche von euch direkt kommentieren wollen, Just Nero ist mein Lieblings-YouTuber, der ist voll cool. Lasst euch gesagt sein, ey, alles gut. Wir schauen uns gerade nur einmal dieses Phänomen an, weil das eben so spannend ist. Und damit Just Nero auch nicht alleine bleibt, schauen wir uns auch gerade noch mal ein paar andere YouTuber an. Ja, okay, ich soll nur nichts sagen. Hat ja Jonas gerade gesagt. Soll ich trotzdem schon mal was sagen? Also ich kann ganz ehrlich sagen, mein Type of Content ist es auch nicht. Ich muss sagen, ich gucke ab und zu bei Just Nero schon gerne rein, gerade wenn es um akute Fälle geht. Ich würde jetzt selber so ein Content nicht produzieren. Ich finde es aber grundsätzlich auch erstmal nicht verwerflich, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, wenn Leute Scheiße bauen, dass es andere Leute gibt, die das aufzeigen. Also wir leben nun mal in einem Land, wo jeder seine Meinung und seine Ansichten und seine durch Werbung finanzierten Werbeplacements und so weiter frei ins Internet posten kann. Und dann muss aber auch jeder damit rechnen, wenn die Sachen scheiße sind oder für manche anderen Bubbles im Internet als Scheiß von diesen Bubbles als Scheiße empfunden werden, dass die das dann genauso kritisieren dürfen. Aber wir gucken erstmal, was Jonas weiterhin dazu sagt. Ich sage euch ganz ehrlich, so wie ein KuchenTV oder ein Just Nero das macht, das wäre mir persönlich auf die Dauer zu anstrengend und auch zu blöd. Also ich sehe den Sinn davon. Ich verstehe, dass Kritik extrem, extrem wichtig ist und deswegen würde ich da auch erstmal nichts gegen sagen. Aber ich sage ganz ehrlich, mir persönlich geht es bei meinem YouTube-Kanal auch immer so ein bisschen um die größere Sache. Zumindest versuche ich das immer anzubringen. Und ja, so einfach nur Leute immer wieder kritisieren, wäre mir persönlich zu stumpf. Ich versuche schon immer auch so auf einer Meta-Ebene einen Gedanken mitzugeben. Aber ich finde es deswegen jetzt nicht irgendwie richtig schlimm. Für mich auch schon länger Folge ist Klängern, ist auch ein spannender Case. Denn auch hier kann man sich angucken, wenn man sich mal die erfolgreichsten Videos der letzten Wochen anguckt, dann sieht man der Abschluss von Julenko, skurrile Show von Jeremy Fragans, alles Fake Theo Stratmann und Apparat-Abzocke. Eine Sache muss ich auch noch sagen, sorry, dass ich so viel unterbreche, aber es ist halt eine Reaction. Außerdem, was mich auch an dieser Art Videos persönlich stört, und das ist einfach nur etwas, was meinen Arbeitsablauf betrifft, ist, wenn du solche Videos machen willst, in denen du immer Einzelpersonen kritisierst, dann musst du richtig schnell sein. Weil dadurch generieren die ja so viele Klicks. Also zum Beispiel, ApoRed hat einen akuten Skandal, okay, du musst innerhalb der nächsten drei Tage ein Video dazu raushauen, weil sonst ist es vorbei, sonst geht es wieder um jemand anderen. Leeroy hat einen akuten Skandal, okay, ganz schnell Video produzieren, weil sonst ist es vorbei, sonst geht es wieder über wen anderes. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe in den letzten Monaten und fast Jahren das immer sehr genossen, dass ich meine Videos größtenteils sehr, sehr unstressig rausbringen kann. Also ich habe keine Deadline, ich sage nicht, okay, jeden Montag muss ein Video kommen. Und ich muss mich eben auch nicht an so Skandalen immer unbedingt langhangeln. Und wenn dann kein Skandal da ist, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Also das finde ich auch eigentlich besser daran, nicht diesen Content zu machen, persönlich. Das sagt jetzt erstmal gar nichts über den Wert von diesem Content aus. Dass das auch wieder alles Videos sind, die sich explizit mit einer einzelnen Person befassen und nicht beispielsweise wie sein Video die Zerstörung von Twitch oder so kaufen Schell und Co-Influencer, wo es eben nicht explizit um eine einzelne Influencerin oder einen einzelnen Influencer geht, sondern das Ganze eben was allgemeiner gefasst ist. Auch das, wie gesagt, keine Kritik an Klängern, sondern für uns nur spannend diese Beobachtung. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer YouTuber, wie zum Beispiel Alpha Kevin, der auch sehr oft sein Content auf einzelne Creator bezieht. Oder eben auch zum Beispiel Sascha, die, glaube ich, verglichen mit all den anderen sogar die stärkste Performance hat, was diese Videos angeht. Bei Sascha ist der Content durchaus auch durchmischt mit Videos, die eher allgemeiner gehalten sind. Also Videos, deren Titel und Handmaid sich vor allem auf einzelne Creator beziehen, sind die hier, wo es einmal auch um Rior geht, es geht einmal auch um Julienko und es geht um TJ. Und auch hier sieht man aber natürlich, dass das die besonders performanten Videos sind, wo es um... Na, Moment mal, aber jetzt gucke ich mal gerade. Also schaut mal, bei mir ist es tatsächlich gar nicht so extrem. Also klar, ich finde immer, Influencer als Aufhänger kann ein Klickbringer sein, aber wenn ihr jetzt mal hier schaut, die erste Reihe, 550.000 Views, 690.000 Views, 700.000 Views und das einzige Video, was sich an einem Influencer sozusagen langhangelt, ist das hier von Kathi Hummels und das ist bei nur, in Anführungszeichen, 490.000 Views. Also da ist es noch nichtmals so extrem. Ich überlege gerade. Ja, das hier ist natürlich erfolgreich mit Pamela. Das, da hat auf jeden Fall wahrscheinlich der Influencer was mit reingebracht. Aber ansonsten ist es eigentlich recht ausgeglichen. Sortier mal nach beliebt, kann ich auch machen. Ja, da ist mein Gender-Video, das kommt ganz ohne Influencer aus. Ja, hier kommen Influencer drin vor, definitiv. Hier kommen Influencer als Beispiele drin vor. Also ich würde sagen, da sind Influencer nicht der Haupt-Klickzieher, sondern das Thumbnail ist ja auch sehr Influencer, also da ist jetzt kein bestimmter Influencer irgendwie zu sehen, den man kennt. Ja, hier auf jeden Fall Influencer, hier auch Influencer, hier auch Influencer, hier auch. Ja doch, allgemein muss man sagen, hilft es schon. Aber das habe ich ja auch am Anfang gesagt. Hier ist es anonym, performt aber auch sehr gut. Das hier ist auch anonym, performt auch sehr gut. Das hier sind Stars, ja. Spannend, spannend, spannend. Okay, weiter geht's, Entschuldigung. Um diese einzelnen Leute geht. Aber Kathi Hummels hat auch vergleichsweise weniger Shitstorm aktuell. Stimmt, als ein Leeroy. Ja, true, das war kein... Ja, stimmt, das war kein Video, das auf einem akuten Shitstorm basiert hat, sondern es war eher so allgemein, weil Kathi Hummels allgemein in den letzten Monaten irgendwie ziemlich viel mit ihrem Kind komisch gemacht hat, ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch in vielen anderen Videos von Saschka einzelne Creator explizit kritisiert werden. Die sind aber nicht im Titel oder im Thumbnail zwingend abgebildet. Also im Thumbnail schon, aber oftmals mit schwarzen Balken zensiert. Und ich persönlich kenne die ehrlich gesagt gar nicht. Aber bei Saschkas Videos kann man sich im Grunde schon eigentlich immer darauf verlassen, dass auch einzelne Creator kritisiert werden. Das ist nur in seltenen Fällen nicht gegeben. Es gibt natürlich auch auf anderen Plattformen solche Cases, wie zum Beispiel bei meinem geschätzten Kollegen Jonas Wuttke, der mit seinem Ist-Social-Media-Peinlich-Format eben auch explizit auf fragwürdige Sachverhalte oder generelles Verhalten in der Social-Media-Szene aufwissern macht. Und auch hier kann man eben beobachten, dass die Videos vor allem dann besonders performant sind, wenn sie sich wirklich explizit... Naja, formant, sagt man das so? Das habe ich ja noch nie gehört. ...einem einzelnen Creator befassen, der im besten Fall vielleicht wirklich auch gerade sehr relevant ist, wie zum Beispiel in diesem Case Julis Boring Live. Wie geht's eigentlich Julis Boring Live? Und dann sieht man eben auch, dass das Video über eine Million Aufrufe hat. Es gibt noch eine ganze Reihe an anderer Meinungscreator, bei denen es auch immer mal wieder natürlich vorkommt, dass einzelne Creator kritisiert werden oder sich ein einzelnes Video einem ganz bestimmten Creator widmet. Zum Beispiel gibt es da eine Alicia Jo oder einen Parabelritter, wo das vorkommt. Aber in den allermeisten Fällen bei denen geht es in dem Video doch eher um ein spezielles Oberthema und nicht um eine spezielle Einzelperson, was das Ganze in Aspekten eben schon manchmal differenzierter einfach macht. Jetzt fragt ihr euch gerade vielleicht so, Jonas, warum drehst du überhaupt dieses Video? Weil das sind doch eigentlich alle Creator, die du hier genannt hast, sind doch eigentlich alles coole Creator. Moment mal, macht Jonas mit diesem Video nicht in der Tat genau das, was er gerade kritisiert? Er kritisiert Influencer-Kollegen in einem Video, die Influencer-Kollegen kritisieren. Okay, weiter geht's. Das sind Meinungsblogger, die sich für das Richtige einsetzen. Und ja, ihr habt tatsächlich recht, egal ob jetzt ein Just Nero, eine Saschka oder ein Alpha Kevin, das sind alles Creator, die ich mir selber privat auch angucke und ehrlicherweise besonders dann gerne, wenn die eben einzelne Personen roasten, die ich im besten Fall dann sogar selber kenne. Also nicht persönlich, weil ich mit denen befreundet bin, um Gottes Willen, sondern weil ich eben irgendeinen Bezug zu denen habe. Weil ich mich zum Beispiel selber mal über diese Person aufgeregt habe oder mir selber schon mal gedacht habe, so, yo, finde ich auch nicht gut, was die macht. Und toll, dass jetzt ein Alpha Kevin Video darüber macht. So versteht ihr die Ebene? Am Ende des Tages muss man sich trotzdem, aber ehrlicherweise auch eingestehen, dass es nicht groß anders ist, als es bei mir jetzt gerade im Titel steht. Und zwar ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, seine Kollegen zu kritisieren. Was jetzt ja zwingend auch nicht falsch sein muss. Man muss natürlich erstmal sagen, wenn man hier von Kollegen spricht, erstmal hat einen natürlich niemand dazu gebeten, dass das die Kollegen von einem sind. Also, ich kriege da selber Gänsehaut, wenn mir jemand sagt, dass Z-Max, ApoRed oder Julienko meine Kollegen sind. Hui, ui, ui, absolut Gänsehaut. Und zweitens klingt natürlich Geschäftsmodell auch so ein bisschen durchtrieben, als wäre das so der Plan von vornherein gewesen. Trotzdem verdienen diese Leute, wie auch ich, eben Geld damit, wenn ich Leroy kritisiere oder die militante Veganerin. Und vor allem eben dann, wenn ich merke, dass die Videos eben sehr performant sind, wenn ich explizit Einzelleute kritisiere und deswegen vielleicht eher nochmal dazu tendiere, auch eben explizit die Person im Titel und im Thumbnail zu nennen und das Einzelvideo nur um diese Person drehen zu lassen, weil das eben in der Vergangenheit auch schon sehr gut funktioniert hat. Aber um das trotzdem ganz kurz einmal zu claimen, die Basis dieses Videos hier soll nicht sein, diesen Content zu kritisieren. Denn erstens kommen wir aus Zeiten, in denen in Chicken Wings gebadet wurde oder Bombenpranks gemacht wurden. Also, es ist toll, dass es diese Art von Kritik-Content gibt, in der es viele, viele liegen besser. Und zweitens ist ja auch das Tolle, dass man oftmals aus diesen Videos auch wirklich was mitnehmen kann. So lernte man zum Beispiel in Saschkas Video über Julienko, dass man eben nicht auf seine Scams oder eben ähnliche Scams, die es so gibt, reinfallen sollte. Also es ist gut für den Zuschauer, sich diese Videos anzuschauen, um sich in dieser Form eben ein besseres Bewusstsein über den Umgang mit sozialen Medien zu schaffen. Und auch bei einem Klängern wird man darüber sensibilisiert, wie einfach Creator ihren Lifestyle und ihr Business faken können und dass man sich daran kein Beispiel nehmen sollte. Und auch... Ich kann gerade nicht so viel sagen, weil ich verstehe noch nicht ganz den Punkt vom Video. Auch ein Just Nero hilft einem bei der moralischen Einordnung von vielen Dingen. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass man den Content, wenn man es wollte, durchaus auch allgemeiner halten könnte, ohne eben explizit immer mit dem Finger auf einzelne Personen zeigen zu müssen. Um darüber aufzuklären, warum die Teilnahme an Gewinnspielen gefährlich ist, muss man nicht ein einzelnes Video über einen Leeroy oder einen Julienko drehen, sondern kann ganz allgemein ein Video einfach der Problematik an Gewinnspielen widmen. Um zu erklären... Ja, ich würde mal kurz ein paar Gedanken dazu loslassen, die sich gerade bei mir formen. Also erstmal muss ich auch dazu sagen, dass ich dieses Kollegen kritisieren, er hat es ja gerade selber schon erwähnt, als Begriff schwierig finde, weil das sind ja nicht meine Kollegen. Also ganz ehrlich, wenn jetzt jemand von der FAZ sagt, ey, Bild-Zeitung, ihr habt hier Scheiße gebaut bei diesem beschissenen Artikel, der zur Hälfte falsch ist, dann kann man ja nicht sagen, oh, aha, ihr kritisiert jetzt Journalisten-Kollegen. Nee, so, es sind keine Kollegen und dementsprechend hat das irgendwie, sollte das kein Geschmäckler haben, sondern das sollte einfach neutral sein, im Sinne von, man kritisiert halt YouTuber. Ich finde nicht, dass man sich da irgendwie zurückhalten sollte, nur weil man in der gleichen Branche ist. Ich verstehe, was Jonas meint mit, dass man es auch machen könnte, ohne auf diese Leute zu zeigen. Und das sehe ich ja total selbst so, weil ich das ja oft auch in meinen Videos versuche. Ich denke aber wiederum, wenn konkrete Leute konkrete Sachen beschissen machen, dann ist es auch ganz gut, das an deren Fallbeispiel aufzuzeigen. Also wenn jetzt zum Beispiel ApoRed einen Bombenprank macht und irgendwie in die Stadt geht und ruft Bombe und dann wegläuft und alle Leute um ihn herum bekommen Panik, muss ich dann wirklich als Meinungs-YouTuber hingehen und sagen, oh Leute, heute reden wir mal ganz allgemein darüber, wie es ist, Pranks zu machen, in denen Bomben vorkommen. Nee, ich finde, dann hat man schon das Recht, das auch anhand des Beispiels ApoRed deutlich zu machen. Ich finde, das ist absolut legitim. Wer sich so ins Rampenlicht begibt mit so einer Scheiße, muss auch damit rechnen, dass Leute die Person dafür kritisieren. Aber natürlich verstehe ich auch, und dazu kommt Jonas vielleicht noch, aber ich will es gerade kurz vorweggreifen, dass es manchmal auch kontraproduktiv sein kann. Sprich, sagen wir mal, ich mache ein Video über, lasst mich kurz überlegen, über zum Beispiel eine Person im Internet. Ich denke mir jetzt mal eine fiktive Person aus, und zwar, weil wir gerade bei Jonas sind und seinem Lieblingsthema auch Veganismus. Ich denke mir jetzt auch, es gibt zum Beispiel diesen Liver King, das war so ein Typ in Amerika, der ist dadurch bekannt geworden, dass er propagiert hat im Netz, dass er nur Fleisch isst. Nur rohes Fleisch und auch nur Innereien teilweise, also so Leber und sowas alles auch roh gegessen. Und er hat halt so propagiert, hey, das ist meine Ernährungsweise und war am Ende auch alles so halb gelogen, ist auch scheißegal. Aber sagen wir mal, es gäbe jetzt auf Deutsch der Fleischesser King. Und ich würde dann ein Video machen und sagen, das Video über den Fleischesser King, hier, schaut euch alle den Fleischesser King an, er ist das Problem, er ist scheiße, hasst alle den Fleischesser King, weil der Fleischesser King, der propagiert Werbung für Fleisch und bla bla bla. und ich würde aber in diesem ganzen Video gar nicht auf das Grundproblem übermäßiger Fleischkonsum eingehen, dann hinterlässt das beim Zuschauer so einen falschen Lösungsweg. Also wenn ich jetzt wirklich nur den Fleischesser King kritisiere, dann denkt der Zuschauer, nachdem er das Video gesehen hat, jopp, ich muss nichts ändern, ich bin perfekt, ich hate einfach diesen Typen aus dem Internet und ich bin ja eh viel besser. Wenn ich aber das Video als Anlass nehmen würde, generell mal über Fleischkonsum in Massen zu reden, dann würden vielleicht meine Zuschauer in dem Video auch ein Umdenken anfangen und sich überlegen, ah ja, also ja, dieser Fleischesser King da, der macht schon sehr komische Videos, aber ganz ehrlich, ich glaube, mit dem Morgenswurstbrot und Mittagsschnitzel und Abendswurstbrot, ich esse auch ein bisschen zu viel Fleisch. Und das ist dann wiederum besser, als die Schuld auf eine einzelne Person zu schieben. Also man muss da so die Waage finden. Ich finde beides legitim. Einzelne Personen zu kritisieren, ist auch mal legitim, aber für das größere Wohl ist es auch vielleicht besser, die Sache an sich zu kritisieren. Okay, jetzt aber weiter. Wenn auch in Trading-Telegram-Gruppen oftmals ganz schöner Scam und Abzocke sind, muss man den Case nicht explizit um Aporette herum bauen. Dieses kleine, aber entscheidende Extra quasi in jedem Video dieses riesige Beispiel-Aushängeschild für das jeweilige Problem dabei zu haben, ist aber eben oftmals der entscheidende Unterschied für den Erfolg des jeweiligen Videos. Man nimmt also gerne in Kauf, weil man sich selber auch im völligen Recht dazu sieht, eine Person vor hunderttausenden Menschen zu kritisieren und auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen, weil man natürlich selber weiß, dass das einfach mehr Klicks bringt. Also wenn es einem selber explizit... Aber er sagt das jetzt so vorwurfsvoll, aber ganz ehrlich, wenn eine Person vor hunderttausenden Menschen ein Fehlverhalten begeht, natürlich ist es dann legitim, auch vor hunderttausenden Menschen auf das Fehlverhalten hinzuweisen. Da muss ich Jonas jetzt gerade so ein bisschen widersprechen, wenn er das so sieht. Darum ginge, die Person zurechtzuweisen, dann könnte man der Person auch einfach schreiben. Und wenn man ein größerer Creator ist... Nein, 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 nein. Wenn es einem darum ginge, die Person zurechtzuweisen, dann könnte man der Person einfach schreiben, ist falsch. Weil wenn Leroy jetzt als Beispiel, oder sagen wir nochmal ApoRed, ApoRed hat jetzt als Beispiel schon für das Online-Krypto-Casino geworben und 500.000 Leute haben das gesehen, wenn ich dann ApoRed privat schreibe und er vielleicht sogar sagt, oh Mann, das tut mir leid, dann ändert das nichts an dem Fakt, dass 500.000 Leute das bereits gesehen haben. Und wenn ich dann aber ein Video mache und sage, ey, mit ApoRed im Titel, habt ihr ApoReds Kryptowerbung gesehen? Das ist scheiße, weil ihr werdet gescammt, haben diese Leute noch die Chance, nicht auf ApoRed reinzufallen. Ah, na, na, okay. Wären 100.000 Followern, dann wäre es nicht mal mega unwahrscheinlich, dass auch ein Julienke oder so das mitkriegen würde, wenn man ihm schreibt. Oder wenn man weiß, dass die Person faktisch richtig was verkackt hat, dann kann man das auch einfach zur Anzeige bringen und müsste darüber nicht unbedingt ein Video machen. Und wenn es einem darum geht, auf diesen sensiblen Sachverhalt hinzuweisen, weil zum Beispiel eben Gewinnspiele Scams sind, dann kann man auch einfach allgemein ein Video über diese Gewinnspiele machen. Aber das gucken ja dann nicht die Leute, die das Gewinnspiel von ApoRed gesehen haben. Die Wahrscheinlichkeit ist ja deutlich niedriger, als wenn ich ApoRed mit genau seinem Gewinnspiel auch ins Thumbnail nehme. Also das sehe ich nicht ganz so wie Jonas. Diese Kombination. Obwohl ich, wie gesagt, auch nicht der Typ bin, für immer so einzelne Personen kritisieren. Schon aber aus, man hat hier diesen Case, aber man hat auch perfekt diesen Creator, den man richtig schön dafür kritisieren kann. Und das bringt dann die großen Aufrufe. Das ist eben das, was ich als diesen substanziellen Gossip bezeichnen würde. Nehmen wir noch als Beispiel den Case rund um Julienkos neue Freundin Tanja. Die wurde in YouTube-Deutschland nämlich ordentlich durch den Fleischwolf gezogen. Von der Saschka, von der Alicia Jo, nochmal von der Saschka, von Marvin Hobbs genommen und nochmal von der Saschka. Die Frage ist hier eben, braucht es Aufklärung rund um übertriebenen Konsumismus, gefährliche Kooperationspartner und Beauty-Behandlungen? Definitiv ja, die Aufklärung braucht es. Muss ich das Video dabei immer rund um Tanja drehen, nur weil sie das macht? Müsste nicht unbedingt. Doch, finde ich schon. Finde ich zu 100 Prozent, da muss ich wirklich Jonas mal wirklich überhaupt nicht zustimmen. Weil jemand, der Natanja folgt, der guckt doch nicht meine Videos, sind wir mal ganz ehrlich. Aber wenn diese Person auf YouTube durch den richtigen Algorithmus unterwegs ist und dann sieht, hey, Moment mal, hier ist ja meine liebste, herzallerliebste Tanja, der ich jeden Scheiß abkaufe, auf einem Thumbnail abgebildet. Och, da klicke ich ja mal drauf. Hä? Äh, Moment mal, Lottoland ist game? Aber das hat mir doch meine liebste Tanja ganz anders verkauft. Doch, ich finde schon, dass es dann wichtig ist, genau mit der Person, die die Scheiße gebaut hat, auch die Klicks zu ziehen, um die Scheiße aufzuklären. Also ich finde, das ist wichtig und richtig. Also das sehe ich tatsächlich sehr, sehr anders als Jonas. Wird das Video aber dadurch viel besser angeklickt? Auf jeden Fall, definitiv. Und ist es Tanja am Ende selber schuld? Ja, safe natürlich auch. Deswegen, man kann niemandem einen Vorwurf machen. Sollen die doch einfach mal daraus lernen und diese Scheiße aufhören? Mein Gott. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sind so viele Videos so erfolgreich, in denen einzelne Personen kritisiert werden? Also erstmal hat tatsächlich die Reaction-Szene einen gewissen Einfluss darauf. Wobei die im Grunde natürlich auch nur eine Art verlängerte Arm des Symptoms sind, denn die klicken ja auch aus demselben Grund auf die Videos, wie die Zuschauer auf die Videos klicken. Bleiben wir aber hier mal ganz kurz beim Tanja-Case. Zu jedem der von mir eben aufgezählten Videos gab es unzählige Reaktionen von Creatoren, die teilweise noch mal mehr Reichweite hatten, als die Creator, die das Ursprungsvideo gedreht haben. Da haben wir eben Leute wie Rezo, wie Montana Black, wie Alicia Joe, wie Yasmin Gnu, die das dann natürlich noch mal mehr anheizen. Und natürlich, die interessieren sich auch für diesen High-Value-Gossip, weil es quasi auch mal die Möglichkeit ist, völlig schamlos über jemanden abzulästern, ohne dass man dafür gejudged werden könnte, weil die Person, die gejudged werden muss, ist ja die, um die sich das Video dreht. Hier noch ein kleiner Zusatz-Einschnitt, weil ich gerade das Video sichte und nicht wundern, wie ich aussehe. Das ist jetzt gerade hier nach meinem Boxkampf. Ich habe mir meine Hand gebrochen. Ein guter Beispiel-Case genau dafür war jetzt in den letzten Tagen alles rund um Leeroy. Zu Leeroy habe ja nicht nur ich ein Video gemacht, sondern viele andere Meinungsblogger eben auch und darauf wurde eben auch sehr, sehr viel reagiert. Also wie auf Tanja wurde auch ganz viel auf Leeroy reagiert und dann ist es eben passiert, dass Reaction-Streamer wie beispielsweise Montana Black solche Aussagen hier getroffen haben. Wie kann ich denn mit meinem guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen, die ein Tier vermittelt? Aber in dem Fall ist Leeroy sogar Mittäter. Denn er weiß, er hat da eine Person sitzen, die aktiv seinen Hund beitiert und anstatt dagegen etwas zu unternehmen, ist es ihm am Ende des Tages, ich will nicht sagen, egal, aber er nimmt dagegen nichts. Wir lassen es noch kurz zu Ende laufen. Er weiß, dass es aber passiert, also ist er in dem Moment auch einfach der Mittäter für mich. Woher weißt du, Goofy, das denn? Hast du mich mal gefragt? Anstatt mir irgendwelche kranken Mittäterschaften zu unterstellen, eine einzige Nachricht, dann hätte ich dir sofort gesagt, dass der Typ, dieser Hund, schon mehrfach angezeigt wurde, ohne Erfolg. Es fehlen einfach die passenden Gesetze, damit die Polizei was machen kann. Aber danke für deinen sinnvollen Beitrag. Und das muss man sich mal reinziehen. Du nennst mich vor einem Millionen... Mir brennt es auf der Zunge, aber ich lasse es noch kurz zu Ende laufen. ...publikum, einen Mittäter von so einer kranken Scheiße. So in einem Leeroy jetzt quasi eine Mitschuld an einer Tiervergewaltigung vorzuwerfen, das ist halt einfach zu viel auf Basis der Tatsache, dass ein Montana Black sich das Originalvideo nie angesehen hat, einen Leeroy auch nie gefragt hat, inwieweit er das vielleicht schon gemacht oder versucht hat, sondern er quasi nur den Zusammenschnitt, in diesem Fall von Sascha, gesehen hatte. Ja. Und sich darauf dann die Meinung bildet und vor einem Millionenpublikum dann das über Leeroy sagt, das ist eben ein gutes Beispiel für genau diese Art von Gossip in Anführungsstrichen, die dann eben passieren kann. Also Unwahrheiten, die dann plötzlich verbreitet werden, weil man sich eben nur noch einzelne Ausschnitte ansieht und dann eben noch mal verschärft seine eigene Okay, jetzt werde ich langsam wütend. Also, zu einem hat er recht. Was Monte da gesagt hat, falsch, sollte man nicht sagen. Ich glaube, dafür hat er sich mittlerweile auch entschuldigt. Ist egal, ist trotzdem eine scheiß Aktion und im Kern hat er so ein bisschen recht. Wenn man sich null mit einem Thema befasst hat und dann nur auf eine Reaction von einem Original von noch vor irgendwas reagiert, dann ist das blöd. Safe. Stimme ich ihm zu 100 Prozent zu. Allerdings, was Jonas hier an der Stelle vergessen hat, was auch problematisch ist, ist, dass Leeroy in seinem Statement mehrere Male hardcore gelogen hat und Sachen aus dem Zusammenhang geschnitten, willkürlich aus dem Zusammenhang geschnitten und teilweise sogar behauptet, sie wären später passiert indirekt, als sie passiert sind. Und das alles hätte nie jemand erfahren, hätte nicht Saschka eine Woche später nochmal ein Video drüber gemacht und das alles fein, säuberlich, zerrupft, aufgefleddert und für alle Leute ausgebreitet, um zu sehen, ey, Leeroy's Statement war vielleicht emotional und hat euch gecatcht, aber er hat euch gleichzeitig auch fucking angelogen und Sachen aus dem Zusammenhang geschnitten. Und deswegen zu sagen, yo, also, ich verstehe, was Jonas meint, aber ich finde es so, so wichtig, dass eben auch solche Reaktionen passieren und von einem so großen Publikum Sachen so detailliert von verschiedensten Leuten aufgedröselt werden, dass ich das nur eingeschränkt, dass ich dem nur eingeschränkt zustimmen kann. Also er sagt jetzt hier, yo, es ist voll gefährlich, wenn ein Montana Black auf die Reaction reagiert und dann solche Unwahrheiten verbreitet. Aber Jonas, weißt du, was auch gefährlich ist? Wenn ein Leeroy solche Unwahrheiten verbreitet und es niemand richtig aufdeckt oder es nicht groß publik gemacht wird, weil niemand, der ihn kritisiert, mehr sein Gesicht auf seinen Thumbnail packen darf, weil das ja jetzt nur Hochziehen ist und Geschäftsmodell und Kollegen kritisieren. Nee, nee, nee. Also das sehe ich sehr, sehr anders. Boah, ich glaube, ich war mit Jonas noch nie so nicht einer Meinung. Aber klar, ich verstehe auch, dass es irgendwann vielleicht mal zu viel wird. Gar keine Frage. Aber gerade bei Nathanja zum Beispiel, die hatten wir auch gerade. So, vielleicht wird es zu viel, aber wenn eine Nathanja hingeht für die ekelhaft schädiesten Unterspritzer auf ganz TikTok-Werbung macht, die 14-Jährigen sagen, hey, komm doch bitte in unsere Praxis, mit Unterschrift deiner Eltern können wir auch deine Lippen unterspritzen. Für Lottoland-Werbung macht, eine Lotto-Gesellschaft, die halb illegal ist, richtig, richtig grenzwertige Sachen eigentlich wert, dass das angezeigt würde. Für Trendy-Joll-Werbung macht im nächsten Atemzug etwas, was fast wie She-In ist, 2.0, richtig, richtig komische Billig-Fashion-Marke im nächsten Atemzug für Heilsteine Werbung macht, deren, also, weil sie von Marvin auch geprankt wurde, deren, deren Wirkung nicht erwiesen ist und auch noch behauptet, dass das irgendwie helfen könnte bei irgendwelchen Krankheiten eventuell, wenn man sich diesen Heilstein holt. Ja, sorry, aber was soll man denn dann machen? Natürlich wirkt es dann von außen so, wie alle haben sich auf Tanja eingeschossen, aber wenn Tanja jede Woche mit einer neuen Scheißaktion um die Ecke kommt, dann ist das ja auch irgendwie die zwangsläufige Reaktion. Ich werde sauer und das ist, wie gesagt, obwohl ich überhaupt nicht so Haupt-Creator von solchem Content bin, ich versuche mich da ja auch einigermaßen zurückzuhalten, aber ja, I don't know. ...eine Meinung weitergibt und das macht genau diese Art von Content eben tatsächlich sogar gefährlich. Ja, aber wie gesagt, Leroy's Content ohne ihn einzuordnen ist ebenfalls gefährlich. Das hast du, Jonas, ja selbst erlebt. Du hast doch Leroy's Content auch für deine Community eingeordnet, weil du gesagt hast, das ist gefährlich, das nicht einzuordnen. Und ich hoffe, ihr versteht an dieser Stelle eben auch dann ganz gut, warum man, finde ich, auch darüber einfach mal kritisch sprechen darf. Und ja, das sollte man tun. Wie gesagt, nur weil ich jetzt hier gerade so ein bisschen rage, das ist nichts persönlich gegen Jonas. Ich finde Jonas super, aber wir haben einfach wahrscheinlich bei manchen Themen dann trotzdem eine unterschiedliche Meinung. Und das sollte man, glaube ich, auch akzeptieren können und trotzdem miteinander auskommen. Wenn alle immer die gleiche Meinung hätten, wäre er traurig. Also ja, weiter geht's. Ich sage das hier gerade übrigens auch völlig wertfrei, weil A, mache ich das auch super gerne selber und B, kann man ja auch immer sagen, die Person in dem Video, die hat es selbst so verdient, dass das passiert und man lernt ja auch was. Und wie gesagt, vergleicht man das mit 95% des anderen Bullshit-Contents, den es hier so auf der Plattform gibt, dann ist das hier wirklich gerade meckern auf sehr hohem Niveau. Vielleicht gerade kurz noch zu einem sehr spannenden Teil dieses Videos, zu der Frage, warum die Leute eben eigentlich Videos lieben, in denen einzelne Personen so kritisiert werden. Warum ist das so ein Phänomen? Warum schaut man sich sowas so gerne an? Also erstmal ist da natürlich die Schaulustigkeit und Sensationsgier. Wenn irgendwo auf Social Media Beef ausbricht, dann liest man nicht selten Kommentare wie, oh, ich gehe mir erstmal Popcorn holen. Ich meine, die Menschen könnten ja auch völlig anders darauf reagieren und zum Beispiel sowas schreiben wie, oh, da ist ein Streit, ich werde mich jetzt erstmal hier abmelden, weil sowas möchte ich gar nicht sehen. Aber das passiert nicht. Vor allem aus so Gründen wie der Sensationsgier und auch einem gewissen voyeuristischen Charakter sind gerade die ganzen Trash-TV-Sendungen so erfolgreich, wie zum Beispiel Sommerhaus der Stars. Am Ende fühlt man sich einfach gut, wenn man sich sowas anschaut oder sogar besser. Und das ist im Übrigen nicht nur dieses über andere Stellen, wo ja oft viele Menschen drüber sprechen, dass man eben Leute schnell dafür verurteilt, wenn sie Trash-TV schauen, dass sie sich nur über die Leute drüber stellen wollen. Am Ende haben diese Sendungen auch einfach Unterhaltungswert. Ein Faktor, warum man sich Videos gerne anschaut, in denen andere kritisiert werden, kann auch der Vergleich mit dem eigenen Leben sein, der einem manchmal auch dabei hilft, sich selber im Leben einzuordnen. Werden beispielsweise einzelne Creator kritisiert, kann man das mit seinem eigenen Leben ganz gut abgleichen. Also zum Beispiel könnte sich an Montana Black bei seiner Reaktion selber fragen, ob er auf Marvins Prank auch reingefallen wäre, ob er für diese Heilsteine auch Werbung gemacht hätte. Und bei Leeroy kann sich die Zuschauer dann fragen, ob man die gleichen teilweise problematischen Haltungen einnehmen würde oder eben eine ganz andere hat. Also man kann eben toll immer vieles mit den eigenen Positionen vergleichen. Ja, ich glaube, da könnte man sogar richtig tief in die Psyche der Menschheit reingehen, schon über Jahrhunderte und Jahrtausende. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch Psychologie und Professoren und Gehirnforscher oder so, die da genaueres zu sagen könnten. Aber ich glaube, generell sind wir ja sehr soziale Wesen und das ist für uns, glaube ich, auch sehr, sehr, nicht gut, aber interessant und auch von Vorteil immer sehr viel über soziale Interaktionen und auch diese krassen emotionalen Interaktionen zu lernen. Also ich glaube, dass wir so interessiert sind an Drama und an Action und an zwischenmenschlichen Fights und Diskussionen und sowas, das ist so ein bisschen auch evolutionär schon fast bedingt. Jeder natürlich auf einem anderen Niveau. Also die einen sagen vielleicht, okay, ich gucke mir hier immer Sommerhaus der Stars an. Die anderen sagen, oh Mann, das ist ja voll primitiv, gar nicht mein Ding, ziehen sich dann aber abends Game of Thrones rein, eine fiktive Serie, die vielleicht deutlich hochwertiger produziert ist, aber wo es am Ende um genau das Gleiche geht, nicht genau das Gleiche, aber ihr wisst, es geht dann auch um Interaktion, um Tod, um Mord und um Intrigen und sowas alles. Also ich glaube, jeder hat das so ein bisschen auf seiner Ebene und die anderen machen es vielleicht wiederum, indem sie irgendwelche Mangas lesen oder irgendwelche Podcasts hören, in denen Leute debattieren oder was auch immer. Ich glaube, jeder sucht das so ein bisschen in seinem Leben und ich kann gar nicht wirklich ausmachen, woran das liegt, aber ich denke, es ist ganz, 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 ganz tief irgendwo verankert. Und die Videos helfen durchaus auch bei einem gewissen sozialen Zugehörigkeitsgefühl. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich meine, die allermeisten werden oftmals die Position des Creators teilen, der einen anderen Creator kritisiert, weil das oftmals schon so der Konsens ist, was da kritisiert wird. Und meistens fühlt es sich dann gut an zu wissen, ah, da ist ja noch jemand anders da draußen, der das so sieht wie ich. Also zum Beispiel nach dem Motto, ja, Mann, Leeroy ist mir auch schon negativ aufgefallen oder ja, was Tanja da abzieht, das geht echt gar nicht. Und da sind ja auch die ganzen Leute noch in den Kommentaren in der Community, die genau das auch kommentieren. Und wenn man dann selber noch schreibt, ja, ich habe das auch schon immer so gesehen, dann fühlt man sich dadurch eben richtig zugehörig und viel weniger allein. Sorry, Leute, ich komme nicht drumherum, gerade nochmal einen ganz kurzen Nachtrag hier reinzuschieben, weil sich aber jüngst so viele Ereignisse ergeben haben, an denen ich das eben auch super gut festmachen kann. Und um eben nochmal ganz deutlich zu machen, worauf hier meine Kritik fußt. Das Problem ist einfach, dass es super schnell geht, dass bestimmte Themen, die man ja eigentlich ansprechen, flaggen möchte, dass die eben unglaublich schnell zu Personendebatten werden und das Thema plötzlich in den Hintergrund gerät, weil diese Art von Content einfach besser funktioniert. Ah, also meinst du so, wie als Leeroy jahrelang sachlich kritisiert wurde und immer wieder Kritik an bestimmten Sachen sehr sachlich geäußert wurde von gewissen Meinungsbloggern und er dann ein Antwortvideo gemacht hat, in dem er sich nur auf Rezo und Montana Black eingeschossen hat? Meinst du diese Personendebatten? Gut, dass es Meinungsblogger gibt, die genau darauf nochmal hingewiesen haben. Spaß beiseite, aber ihr wisst, was ich meine. Das kam beispielsweise auch bei Boulevardzeitungen beobachten wie der Bild, wo zum Beispiel dieser große Steuerhinterziehungsskandal rund um Uli Hoeneß plötzlich eben voll zur Personendebatte wurde und es ging eben darum, was für ein mieser Mensch Uli Hoeneß ist und dieses Thema Steuerhinterziehung hier eben endlich so ein Gesicht bekommen hat, wo sich dann eben plötzlich alle drauf gestürzt haben und um dieses Phänomen eben ganz gut zu beobachten, ist jetzt auch ganz passend eben zuletzt dieses Upray-Thema gewesen, der eben gestern zusammen mit Lea und Marchelle revealed hat, dass das Ganze nur ein Prank war. Also Upray hat ein Video hochgeladen, was sehr ehrlich gewirkt hat, in dem er eben erklärte, dass er pleite ist und dass er dem Staat ganz viel Geld schuldet. Also ich habe schon gesagt, als da stand, dass er dem Staat 3,6 Millionen schuldet, habe ich schon gesagt, ja, das ist ja sowas von gelogen oder übertrieben, weil dieser Typ hat niemals in seinem gesamten Leben mit seinen YouTube-Videos über 8 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Also dass der dem Staat 3,6 Millionen schuldet, das war für mich sowieso schon sehr absurd. Und darüber haben eben ganz viele auch Videos gedreht, super viele Meinungs-YouTuber haben darauf dann eben reagiert, haben ihre Sachen dazu gesagt und hier wird aber jetzt ich nicht eben deutlich, wie einfach es ist, all diese Leute eben hops zu nehmen und trotzdem hat aber jeder so seine Meinung dazu gehabt. Und ich finde, man kann schon kritisieren und einmal überlegen, ob es wirklich notwendig ist, jedes Thema immer an einer Person aufzuhängen oder ob man sich das eben an manch anderen Ecken nicht vielleicht auch sparen kann oder man sich zumindest genug Zeit nehmen sollte, gerade wenn man ein 100.000-Millionen-Publikum hat, um zu recherchieren und zu schauen, wie es wirklich aussieht. Und das unterscheidet sich aber natürlich auch total und da macht es natürlich auch einen Unterschied, ob du ein Video im Vorhinein aufnimmst, ob es nur eine Reaction ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, den Punkt kann man jetzt trotzdem ganz gut nachvollziehen. Okay, ich verstehe, was er meint. Ja. Ja. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Dass man vielleicht nicht zu vorschnell ist und genau, immer halt versucht, dieses Feingefühl zu wahren. Also, ich glaube, da sind wir am Ende sogar auf der gleichen Seite. Also, wenn jetzt halt akut jemand richtig Scheiße baut, ich glaube, dann würde Jonas auch sagen, ja, okay, lass akut diesen Fall nehmen und auch aufs Thumbnail packen und besprechen, weil das ist jetzt die perfekte Möglichkeit, um eine große Gruppe von Menschen darüber aufzuklären. Aber natürlich, und ich würde behaupten, gerade auf meinem Hauptkanal tue ich das, wenn man jetzt irgendwie gewisse Leute kritisieren will, die für Temu werben, dann sollte man vielleicht kurz über diese Leute reden und das als Aufhänger nutzen und dann aber vielleicht den größten Teil des Videos dafür aufwenden, um über Temu an sich zu reden und zu erklären, was an deren Geschäftsmodell problematisch ist. Ja, weil wie gesagt, es gibt ja das schöne Zitat, ist der Feind bekanntert, der Tag Struktur. Und nur da einfach ein Feindbild in Form einer Person zu schaffen, ist oft auch doof. Ja, da würde ich ihm genau so zustimmen. Vielleicht auch gut, dass er das am Ende nochmal so erläutert hat. Sonst habe ich ihn hier vielleicht ein bisschen zu sehr missverstanden. Viele, die ausschließlich darauf ausgerichtet sind, andere Influencer-Kollegen zu kritisieren, die gibt es durchaus im konstruktiven Sinne, genauso aber auch im satirischen Sinne. Und ich meine, solange die Inhalte auf einer gewissen gerechtigten Kritik fußen, dann habe ich persönlich dagegen nicht viel einzuwenden. Wenn man merkt, dass jemand bestimmte Creator vor allem deswegen kritisiert, weil sie halt gerade relevant sind oder weil halt gerade alle anderen die Person auch kritisieren oder weil die letzten Videos eben besonders performant mit dieser Person waren, dann finde ich das eher schwierig. Aber es ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt auch Fälle, in denen kann man nicht genug über eine Person sprechen oder in denen können nicht genug Leute insgesamt darüber sprechen, weil es so wichtig ist, dass darüber eben gesprochen wird. Und dann ist es eben auch ganz klare konstruktive Kritik an einem bestimmten Fall und nicht einfach nur Lasches ablästern. Also wie gesagt, man muss hier in den einzelnen Fällen ganz deutlich differenzieren. Mich würde... Ja, ja, sehr gut. Gut formuliert nochmal am Ende. An dieser Stelle natürlich interessieren, wie seht ihr das? Content Creator, deren Geschäftsmodell vor allem darauf basiert, andere Creator zu kritisieren. Go oder no go? Ich würde sagen, it depends. Es kommt immer drauf an und es kommt glaube ich auch nochmal bei jedem einzelnen Video drauf an. Junge, es ist wie so eine cringe Fernseher-Abmoderation. Nein Leute, mich würde echt mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch soweit auf jeden Fall noch einen wunderbaren Montag und eine schöne Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder und mal schauen, ob ich da eine einzelne Person kritisieren werde oder ob ich es doch allgemeiner gehalten kriege. Tja. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedankenanstoß wie immer. Habe ich noch was zu sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt, oder? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich verstehe dennoch nicht, warum er dann nur Saschke auf das Thumbnail packt. Ich glaube, er wollte es am lebendigen Fall demonstrieren. Und natürlich ist es wieder die Frauenfeindlichkeit, Jonas. Also du bist ja wirklich so misogyn, dass du dann die einzige Frau hier, die du kritisierst, aufs Thumbnail packen musst. Spaß beiseite. Das war absolut ironisch gerade gemeint. Lasst bei Jonas unbedingt ein Abo da. Ich finde seine Videos immer wieder gut. Immer wieder geben die eine kleine Inspiration. Und ich glaube, am Ende sind wir trotzdem irgendwie doch 90 Prozent der gleichen Meinung. Sehr, sehr gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Danke an FIFO93 für die 100 Bits. Danke an Rand Gamer für die 35 Bits. Du schreibst dazu. Ich finde auch, dass man Leute kritisieren, darf. Man darf aber nicht das gesunde Maß verlieren und nicht anfangen für Klicks Videos zu machen, sonst verliert man die Sache aus den Augen. Exakt so würde ich es auch formulieren. Eigentlich perfekt formuliert. direkt. Untertitelung.